Heute ist der 13. Juli, 2. und letzter Tag des Amazon Prime Days. Exklusive Angebote für alle Amazon Prime Abonnenten. Und hier haben sich ein paar neue, sehr interessante Mediabook-Deals aufgetan. Und da kann man nochmal zusätzlich sogar mit Rabatt-Coupons sparen. Spannende Geschichte, ich habe das Ganze auch preisabfallend sortiert. Also wir beginnen mit dem teuersten Angebot sozusagen und werden dann immer günstiger. Und starten jetzt hier mit per Anhalter durch die Galaxis und das Restaurant am Ende des Universums. Hier reduziert auf 25,55 Euro. Da könnt ihr nochmal zusätzlich mit einem Coupon sparen. Es gibt unterschiedliche Cover-Artworks. Wir sehen es hier. Diese Cover-Variante ist sogar reduziert auf 25 Euro. Und dann gibt es auch noch eine zweite Cover-Variante. Hier, wenn wir draufklicken. Und auch diese ist reduziert auf 25 Euro. Also nicht schlecht. Ich habe das Ganze mal mit dem Coupon bei Parker probiert. Auch Parker, das Mediabook von Hanses Sound, hier reduziert auf 24 Euro. Auch hier gibt es die verschiedensten Cover-Artworks. Da müsst ihr euch durchklicken. Einmal 25 Euro, einmal 26 Euro. Dieses Artwork sieht richtig nice aus, wie ich finde. Druckqualität auch absolut top. Haben wir ja gesehen zuletzt hier von Hanses Sound. Und hier könnt ihr nochmal mit dem Coupon 5% sparen. Ich habe das Ganze hier mal komplett durchgemacht bis zur Kasse. Und ihr seht es hier. 22,80 Euro. Also das ist schon mal nicht schlecht, muss man sagen. Dann haben wir noch den Exorzismus der Emma Evans. Hier mit einem Artwork, sehr schönen Artwork von Timo Wirtz. Auch hier gibt es die verschiedensten Artworks. Allerdings ist das hier ausgerechnet das mit Timo Wirtz. Was wollen wir uns beschweren? Das günstigste für 24,86 Euro. Wir haben hier unten noch den Hinweis, dass es ein 32-seitiges Booklet gibt. Und dann als besonderes Extra ist das Mediapook mit einer matt kaschierten Silberfolie veredelt. Samt partieller UV-Lackierung, also Spotlack-Veredelung, wie wir das auch von Nameless und Co. her kennen. Also 24,86 Euro werden hier fällig. Zum Film selber kann ich leider nichts sagen. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Wer den Film allerdings empfehlen kann oder abraten möchte, kann dies gerne natürlich tun in den Kommentaren. Wir haben jetzt hier 125 Sternebewertungen, 4 Sterne im Schnitt. Das ist jetzt auch nicht schlecht, meiner Meinung nach. Machen wir weiter mit Creepshow 2. Wartiertes Mediapook-Cover-Variante A. Reduziert auf 24,97 Euro. Ich sage ja für 43,99 Euro. Wer kauft denn das? Jetzt kommen wir schon eher in die interessanteren Regionen. Auch die Cover-Variante B ist ebenfalls wartiert. Sieht sehr schick aus, wie ich finde. Und kostet hier dann ebenfalls nur noch 24,97 Euro. Dann haben wir Rob Zombies Halloween. Und zwar in einem der kleineren Mediapooks hier. Und reiht sich hier ein mit Drive, wie wir das schon gesehen haben. Und auch, was war zuletzt erschienen? Dirty Dancing, genau. Und hier eben das Mediapook reduziert auf 21,97 Euro. Dann haben wir die größte Schlacht der Ninja-Cover-Variante A. 21,97 Euro. Cover-Variante B ist sogar noch günstiger. 17,97 Euro. Dann haben wir hier der Liebhaber. Den Film habe ich euch auch schon ausführlich auf meinem Kanal vorgestellt. Review, Mediapook-Unboxing. Sucht da einfach nochmal danach, wenn ihr euch von der Qualität überzeugen wollt, dieses Films und auch des Mediapooks. Und hier haben wir ein 4K-Ultra-HD-Mediapook von Cape Light Pictures reduziert auf 17,97 Euro. Genauso verhält es sich mit die Bar-Polomeus-Nacht, was für ein Song im Breche immer wieder. Ich muss da immer an Lothar Matthäus denken, Bar-Polomeus-Nacht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen komme ich da einfach durcheinander. Und wir haben hier ein 4K-Ultra-HD-Mediapook ebenfalls reduziert auf 17,97 Euro. Das habe ich euch ebenfalls schon vorgestellt. Mediapook-Unboxing und Filmkritik findet ihr auf meinem Kanal. Weiter geht es eben für Freunde asiatischer Kampfkunst hier The Warrior and The Ninja. Cover-Variante A reduziert auf 17,97 Euro. Dann haben wir ein Dampfhammer unter 1000 Nieten. Cover-Variante A hier ebenfalls reduziert auf 16,97 Euro. Ich sage, wenn man warten kann, die Sachen werden alle günstiger. Dann haben wir eine Faust wie ein Hammer auch noch hier reduziert auf 16,97 Euro. Außerdem haben wir noch Super Deep im Mediapook 4K-Ultra-HD auf 16,97 Euro reduziert. Cooler Streifen. Ja, ist ein bisschen strange und man hätte mehr rausnehmen können. Aber insgesamt, denke ich mal, kann man zufrieden sein mit diesem Film. Der Rausch haben wir hier noch reduziert auf 16,97 Euro. Hat mir sehr gut gefallen, der Film. Ja, ist jetzt hier mal wieder ein Film mit Mads Mikkelsen. Und ja, zum einen irgendwie ein lebensbejahender Film, aber zeigt auch die Gefahren auf, wenn man zu sehr und zu viel hier sich den Alkoholkonsum hingibt. Das Experiment selber war aber sehr interessant, also ein richtig toller Streifen auch hier wieder. Dann haben wir John Carpenters Vampires Los Muertos für 16,97 Euro hier mit Bon Jovi, den zweiten Teil dieser Trilogie. Der war noch okay, aber ich muss sagen, 16,97 Euro ist auch da noch zu viel. Vielleicht sollte man hier warten, denn es gibt ja auch einige Fehler in diesem Mediapook. Da wurden falsche Bilder reingesetzt und so weiter und so fort. Also da vielleicht mal noch ein bisschen warten, aber wer nicht warten kann, kann hier auf jeden Fall zuschlagen für 16,97 Euro, wenn er möchte. Elmer Brain Damage haben wir dann hier noch ebenfalls reduziert auf 16,97 Euro das Mediapook. Dann haben wir noch Galaxina. Kann ich nichts zu sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den Film einmal gesehen habe. Wer auch der, wurde jetzt stark reduziert. Ich habe mich eh gefragt, boah, 27,73 Euro ist aber mal hoch angesetzt. Jetzt nur noch 16,97 Euro. Falls ihr hier eine Empfehlung aussprechen könnt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann haben wir noch Suspiria für 15,97 Euro hier im Mediapook. Ein Mediapook plus zwei DVDs. Jetzt hier, das ist ja sozusagen das Remake. Dann haben wir noch Knight Riders Ritter auf heißen Öfen reduziert auf 14,97 Euro. Ja, ist eines dieser kleineren, dickeren von Kochfilms. Drei Disc Edition, ungeschnittene Fassung plus deutsche Kinofassung haben wir aber hier mit an Bord. Außerdem haben wir noch Climax reduziert auf 11,97 Euro. Soll ein sehr durchgeknallter Film sein. Ich habe das Mediapook hier und muss den noch gucken. Ich komme irgendwie nicht dazu, weil immer irgendwelche neuen Filme ins Haus trudeln. Dann haben wir noch Camp Wedding reduziert auf 11,97 Euro. Der Film interessiert mich schon sehr. Muss ja auch so Horror-Komödie sein. Aber ich weiß nicht, ob ich da 11,97 Euro jetzt investieren soll oder nicht. Schreibt es in die Kommentare rein. Mal gucken. Ich denke mal, bis zum Ende des Tages ist ja noch Zeit hier, dieses Angebot zu nutzen. Außerdem haben wir noch Wahl der Waffen. Im limitierten Mediapook reduziert auf 11,97 Euro. Dann noch was für Westernfreunde. 12 Uhr mittags. High Noon reduziert auf 11,97 Euro. Außerdem noch der Ritt zurück mit Anthony Quinn. Reduziert auf 11,98 Euro. Hier könnt ihr aber nochmal sparen. 5% Rabatt. Dann haben wir noch Swiss Army Man. Den fand ich sehr witzig mit Daniel Radcliffe. Hier auch stark reduziert auf 10,97 Euro. Plus DVD, plus CD. Also Soundtrack ist ja auch mit an Bord. Und zu guter Letzt haben wir noch Mach's Nochmal Dead mit einem DVD Mediapook. Das muss ich dazu sagen. Das habe ich mir schon bestellt gehabt. Ich finde den Film irre lustig. Und da reicht auch eine DVD aus. Hier ist sogar der Soundtrack mit an Bord. Und das Gute ist, auch hier könnt ihr nochmal 5% sparen. Also ihr seht, es ist ganz interessante Sachen mit dabei. Am letzten Tag vom Amazon Prime Day. Ich bedanke mich fürs Zusehen meine Freunde. Auf bald und Servus.